Ja, meine Herren, so stehen die Dinge. Gehen Sie dem Spuk auf den Grund. Verdammt, wenn die mal auf unsere beiden Taucher stoßen. Toni wird sie schon wehren. Wenn die auftauchen, was ist dann? Dann werden wir eben dafür sorgen, dass sie unten bleiben. Unten ist viel Platz. Die hier, die hier. Die hier, die hier aus. Forte, die hier. Was? Gratuliere, ein guter Pfand. Hier drinnen ist vermutlich das ganze Geld. Unter Wasserbars gibt es ja wohl noch nicht, oder? Untertitelung des ZDF, 2020